Das ist natürlich haarig in einer solchen Situation für Becker. Erster Aufschlag also fehl. Das war er. Mit 6 zu 3, 7 zu 5 und 6 zu 4 gewinnt Boris Becker das erste Einzel in der DEVIS-CAP, halbfinalbedeckung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der GSSR. Die Eltern, eine strahlende Mutter.